So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, zusammen mit dem Sammy natürlich. Hallöchen zur Woche. Und wir haben heute, ja, das Besonderes vor, aber wir wollen in die Stadt. Ach nee. Und jetzt komm ich nicht mehr raus hier. Doch. Ach doch, da vorne. Ich fall doch hier auch immer runter. Ich hör doch was. Ja, irgendwas in welche. Geh du mal gucken. Ich warte hier. Genau, ich bin guck, ja. Wo sagst du hier? Nein, wir wollen in die Stadt und ein bisschen looten. Wir müssen looten. Weil wir, wir haben so viele tolle Sachen. Wir haben uns fehlen Waffenteile. Jetzt ist es wieder ruhig. Ja, die sind schon tot wahrscheinlich. So startet es über die Brücke, ne? Ja, denke ich. Wird der beste Weg sein. Da schreit auch wieder jemand. Ich warte auf der Straße da. Da sind ein, zwei, wo bist du? Ah, bei einem Zombie. Ach, da kommen sie überall jetzt. Ach, du Ring-Rolle. Ähm, kommen die nicht nachts so weit? Wie horde? Doch. Nachts, ne? Das ist es jetzt. Weiß nicht, ne? Die... Das ist die Vorhut. Die gucken, wie stark wir gesichert sind wahrscheinlich. Wisch dir ja genau. Wir müssen... Da gucken können sie ja. Das macht er ernst. Ähm, wir müssen aber wahrscheinlich, ähm... Noch ein paar Spikes setzen dann. Das dürfen wir nicht vergessen vor der Nacht. Das wäre, glaube ich, noch eine gute Idee. Ja, genau. Das können wir gerne machen. So. Augen auf die Runde. Ja, du hast Shotgun. Das ist schon mal gut. Ja gut, das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei, aber besser ist nix. Aber ich glaube, das tut die ein bisschen zurückhalten, wenigstens. Da laufen schon wieder... Da laufen schon wieder so viele. Ja, ja. Ja, aber das ist vor so einem Haus. Das ist öfters so. Hey, da guck jetzt mal ein, zwei, drei, vier, Alter. Nee, doch. Ja, da gehen wir einfach vorbei. Gehen wir schon durch. Die sind ja zum Glück nicht so schnell tags. Ja, stimmt. Hier waren wir schon drin, das kennen wir. Aber wir haben so vieles noch nicht gesehen hier. Ja. Wir haben uns ja auch schon unterhalten. Und uns haben wir ja gesagt, wir haben sehr, sehr viele Sachen nicht entdeckt, wo sehr, sehr nah bei uns dran sind. Ja. Das ist es natürlich. Nicht durchsucht worden. Und, was haben wir hier? Schaut ein, zwei, zwei. Können wir eigentlich nicht gebrauchen, aber naja, gut. Ja, dann haben wir. Jersfield, willkommen. Ja. Im Hundeparadies. So, wie waren wir jetzt hier? Die Karte, wir müssen gerade durch. Ja, gerade durch. Gerade durch. Und ich weiß noch nicht. Häusern halt. Wir müssen die heute auch mal durchgucken. Und hier die Briefkästen, wegen Papier. Stimmt. Du hast gesagt Papier, ich habe schon mal drei gefunden. Was haben wir hier? Nichts. Das ist ein ordentlicher. Wer bezahlt so eine Rechnung? Was ist das hier? Na komm jetzt, zeig an. Bei mir sind überall Rechnungen drin. Sechs Stück. Das ist so eine Scheiße. Also ich würde sagen, wir gehen mal in die Häuser rein, oder? Ich würde sagen, wir gehen mal hier ein auf den Namen normaler durch. Und ich denke, das schaffen auch jeder eins, hoffe ich mal. Wenn was ist, schreie ich, ne? Ja, ich bin hier mit drin. Also ich gucke hier mit nach. Achso, du bist mit rein, okay. Ja, genau. Was ist das denn hier? Da steht aber ein bisschen Panne, wa? Ja, war wahrscheinlich eine Barrikade, oder so. Was haben wir hier? Ach, einen Kochtopf können wir da behalten. Alter, das ist doch alles blöd. Ein paar Vitamine, die pfeifen wir gleich rein. Alles Müll und nimm trotzdem mit. Komm, Milki, warte, kannst du auch behalten, was im Clue war. So, mach die Tür auf. Oh, meine Axt ist nicht mehr gut. Oh, was ich doch machen soll. Deswegen habe ich meine repariert noch, vorher. Okay, noch. Oh, ein bisschen Essen. Bettchen. Großen könnt ihr behalten. Äh, 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 weg. Ach, wir brauchen doch Ding, ne? Messing hast du gesagt. Messing brauchen wir, ja. Oh. Ich habe einen Messinghahn gefunden. Das war nicht schlecht. So, kaputt gemacht halt. Ich habe ein bisschen was gefunden. Und? Was haben wir hier denn? Vitaminpillen, ey. Du kannst dir gleich reinpfeifen. Scheiß auch, ich habe gleich gucken. Ne, da war ich schon. So, warst du oben jetzt? Oder bist du oben? Nach der Klamatte wollte ich gleich mitnehmen. Nö, ich lasse ja auch drin. Hier ist noch eine Tür. Ach, hier warst du schon. Oh, hier ist ein Safe. Ganz Safe. Oh, warte, ich komme. Dann komme ich nach oben, oder? Ja, ja. Dann komme ich mit. Das dauert nämlich immer ein bisschen. Das dauert ein Stückchen. Wir haben zwar ein gutes Werkzeug, aber... Jetzt kommt ein Hund von hinten und wir sind weg. Oh, was haben wir hier gefallen? Ein paar gute Sachen. Ach, die Gläser ganz heilig. Was habe ich denn gefunden? Sag mal. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Huntingwürfel-Geschichte. Huntingwürfel. Naja, gut. Ähm, okay. Ja, aber das siehst du auch. Normale Häuser können solche guten Sachen haben. Eben. Dann suchen wir hier die Hütten mal durch. Gleich gegenüber, ja, zu da. Ja, ja, genau. So. Halt, da muss ich raus. Da habe ich gar nicht reingekut. Ach, noch mal eine Erste-Hilfe-Kit. Ach, da unten muss ich ja natürlich klar. Oh, Bücherregale. Okay, die machst du. Ich gehe mal weiter. Oh, Magnum-Griff. Und Magnum-Alter. Ein blaues Teil. Nice. Ein blaues Teil ist schon mal gut. Ja. So ist ein Bücherregal. Bei dir waren doch bei der vorne. Da vorne. Da vorne. Nichts. Und 35 Papier. Sehr gut. Ich gehe schon mal nach oben. Mach die Tür auf. Klick, 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 klick. Ja. Tür geht nicht. So, mach rein. So, Rainer. Was haben wir hier? Feines. Ach, Kleber brauchen wir auch, habe ich mal gehört. Kleber? Ja. Für irgendwas brauchen wir. Was ist das hier oben? Die Lampe? Was bringt die? Nichts. Scrap. Scrap brauchen wir auch nicht. Aber hier denn? Iron Desk. Was haben wir hier drin? Schuhe. Hey. Fühlen wir uns vielleicht viel besser. Wir fahren nicht durch. Hier vorne. Bloodpack, ganz ehrlich. Scheißhaus. Ja. Ich habe auch gerade wieder reingeguckt. Ich kann es halt einfach auch nicht lassen. Nee. Das ist typisch, ne? Es könnte ja irgendwas Schönes drin sein. Ein Haufen. Ja. War er auch, natürlich. Natürlich. So, mach auf. Müll, hier ist nichts. Hier oben ist nichts. Hier ist noch Müll. Auch nichts. Ja, also hier war nichts. Hier ist nichts zu wollen. Gott, dann nächstes Haus. Schade, schade. Tja. Das haben wir durch. Aber einen riesen Fernseher. Braucht man einen Fernseher zu Hause? Wir haben nicht so viel Strom. Leider nicht. Ja, gut. Da war richtig mal richtig was wert, schätze ich. So. Da drüben, genau. Da ist ein Hund. Mist. Der Böge Kötter. Komm, du. Komm her jetzt. Kommt er? Ja, komm her. Er ist fertig. So. War ein Schuss? Nee. Diese Kötter. So, wollen wir hier rein? Komm her, komm her, komm her. Ich gucke hier gerade nur ein bisschen, ob nicht irgendwo uns doch noch ein Köter überraschen will. Da ist einer nicht geschafft. Oh, nochmal fünf Munition für hier. Kupfer. Kupfer ist gut. So, ich geh gleich wieder da oben? Ja, noch das. Ich glaube, wir kriegen hier gleich Besuch, aber... Ja, das hört sich ganz so an, ja. Nicht schlimm, nicht schlimm. Text Papier nochmal. Deswegen ist es immer schön, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ja, ich gucke mal, wo die... Ah, da... Oh, hallo. Ich kümmere mich mal kurz zu draußen. Das wäre es mir. Nochmal ein paar Teile. Oh, nee, wirklich. Habe ich jetzt wirklich vorbeigeschossen, wo sie gelegen ist, alle achten. Hier ist nichts mehr. Oh, Leute. Beno? Ja, das sind ein paar. Die sind nicht begeistert, dass wir in ihre Stadt kommen. Nee, das glaube ich. Tja. Da haben wir erste Hilfekette hier. Ey, Madame, hier bin ich. So, hier ist noch einer. Dann bringen wir uns denen immer was mit, weißt du? Aua! Dieser Scheiß-Krappler. Oh, habe ich mich jetzt wieder erschrocken. Ah, blöder Mistköter. Sag mal. Alter, wie viel Mönchung geht mir rein? Sommer. Also manchmal, ne? Ja. Geht nicht. Bist du jetzt tot? Und dann hat es hier nur Scheiße dabei. Hallo, ich habe mir das Bein gebrochen? Nein, das kann aber nicht sein. Und natürlich nichts mit, ne? Ne, wie auch sonst. Ach, das ist doch klar. Crospo, äh, Thematik haben wir. Schön. Können wir ja noch mit. Können wir mitnehmen. Das kannst du lernen. Es gibt doch Punkte hier für Skill-Punkte. Genau. Haben wir hier? Iron Pipe. Kannst du behalten. Ähm. So. Ein bisschen Messing. Dam, ti, dam, ti, dam. Haben wir hier noch nichts. Oh, ne, 489er hier, äh, wie heißt denn's? Bench. Schraubeschlüssel. Das ist doch mal was ordentliches. Die ist richtig gut. Oh, hier geht's nach oben. Verrottetes Fleisch im Koffer. Wer nimmt denn das auf Reisen mit? Ja, was ich noch brauche, ist verrottetes Fleisch. Das überlebe ich die zwei Wochen nicht. Im Urlaub. Boah. Was man hat, das hat man. Ähm, da brauchst du nicht mehr rein. Da war ich schon. Da bin ich von hier rein. Ja, ich bin für klein geworden. Ja, super. Umsonst. Ja. Na gut. So. Da war man auch drin. Dann weiter in die Richtung, ne? Äh, in die Richtung, genau. Poppenpilz, da war man, glaube ich, schon drin. Hopp, nochmal mit zwölf Papier. Hey. Ach ja, wir kriegen wieder Besuch. Schon wieder? Naja, klar. Soll ich rauskommen? Das nochmal passieren? Oh, oh, ja, ich sollte raus. Was? Ich hab sie weggelockt, alles gut. Die wollten grad rein, das wär nicht so gut gewesen. Ach so, gut, dann guck ich mal hier weiter um. Nix. Headshot. Und ich Kopf geplatzt, so. Blöde Weiser. Auch nichts. Sag mal, ist hier gar nix? Alles leer in der Bude hier. Ciao. 29 Papier. Und wieder ein Riesenfernseher. Ja. Oh, Keller. Keller ist gut, da gibt's oft hier... Wollte ich grad sagen. Hallo, das wollte ich mithaben. Ich geh mal hoch. Oben ist auch noch ein... Opsa. Aber hier ist nix. Da hat's nur einer nicht geschafft, wieder mal. Hopp. Ja, dahinter ist oft. Meine Axt ist gleich hinne. Ja, ich hab ja noch eine. Ähm, die ist gleich fertig. So. Nix. Und? Gläser. Gläser haben wir massenhaft. Auch nicht. Gläser ist echt kein Problem. Oh, was seh ich denn da? Ja. Synchron schlafen. Auch schön. Das zieht doppelt so viel an. Finde ich gut. Könnte eine olympische Disziplin werden. So. Magnum-Griff. Oh, ist das herrlich. Alles mitnehmen. Ich will's mithaben. Ich will's mithaben. Was kann ich denn hier mal wegschmeißen? Das nicht. Ich hab noch ein bisschen Platz. So, das kommt. Mit. Schade, Iron-Pipe. Die brauchen wir gar nicht mehr. Was kann ich denn hier noch? Ach, die kann ich auch nicht gebrauchen. Vierer. Ach, guck mir ab und so was. Nee. Und so. So. Alles klar. Dann weiter. Weiter im Text. Na, hallo? Seid ihr da? Nee, keiner da. Oben war das leer, oder was? Oben war das. Nur einer, was nicht geschafft hat. Okay. Postkasten nochmal 19. Alter. Ja, manchmal. Guck hier den Markenpartner mich raus. Guck mal hier rein, ob du das noch brauchst. Wegen Waffenteil hier hinten. Die, die, die. Der Sportspack. Ich glaub's nämlich nicht, weil das ist kein guter. Na, ist nicht sowas dickes. Nee. Markenpart hab ich mitgenommen, aber glaub auch nicht, dass wir den brauchen. Schade, ich dachte, ich könnte durchspringen, aber nein. Nein, ist kaputt. Meine Achse ist im Eimer. Ich kann ja. Da, da. Du musst hier noch kurz was aufmachen. Ja, wir müssen eh zurück gleich, weil, äh, Platzmangel, ne? Ja, stimmt. So. Bist du denn oben? Ich bin von oben, ja. Ach, ne Brille brauchen wir nicht. Dann hopf ich mal hoch schon mal, ganz hoch. Oh, ne Kiste. Oh. Minibike for Dummies. Lerne ich doch gleich mal. Ach, das ist doch mal ne gute Sache. Klamotten. Nein, hier liegt noch einer, ein halber, auf jeden Fall. Ein halber. Schwarzpulver und Munition, 7,62 Millimeter. Die sollten wir mitnehmen. Die nehmen doch mit. Die glaubt, da hab ich sogar. Warte mal, wo hast du die? Gunpowder kannst du vergessen. Gunpowder ist echt nicht mehr wichtig, ne? Ne, das haben wir selber. Ja, das können wir so schnell herstellen. Wenn man nix mehr hat, rum deine Mine, das war's. Warst du ganz oben? Ja. Hab ich auch, ich hab noch ne Waffe, nur ne 36er Pistole, aber, ne Pistole. Und halt nochmal ein paar, bisschen Munition. Das ist halt gut. Ähm, soll da tun wir noch einmal? Ja, da waren wir. Da waren wir, da waren wir schon. Wenn, dann darin, in die Richtung. Hier, die Häusse, oder noch? Ach, da drüben sind wir hier, klar. Oh. Hm. Ich bin Metalldecks. Was? Schematik. Für? Äh, äh, Beinschienen. Ach so, ja. Lern hab ich vorhin auch schon. Du gleich lerne. Das findet immer irgendwie sehr, sehr viel, hab ich das Gefühl. So, Klamotten, nein. Was haben wir hier noch? Nur Bullshit. Nur einen Topf noch gefunden. Ja. Und hier noch? Bandage. Mein Gott, das ist nicht das Problem. Und das hab ich auch nicht gesehen. Und nochmal für eine Metallarm, hier. Ja. Großpanzer. Ja, lernen. Großpanzer. Sollten wir uns vielleicht auch mal herstellen, so ein Spaß, ne? Wir lernen das die ganze Zeit. Ich denke auch mal, sagen wir hier schon drinnen gehen, ne? Ne, warte, ich hab doch ne Axt. Ach stimmt. Ah, ups. Nix, alles gut. Hat er mich fast weggeschlagen hier? Fast ist gut. Du hast ein kleiner Kratzer am Rücken. Oh. Oh, da liegt auch ein halber wieder. Ah, Munition. Munition ist gut. Ja, das sind auch, weißt du, die haben keine Waffen, aber Munition immer dabei. Also irgendwie... Oh, jetzt nehme ich hier das falsche, Mann. Äh, sag mal, ich geh da mal hoch. Ach, ich komme. Diese blöden Leiter, ne? Mal klappt das, mal klappt das nicht. Ja, manchmal ist das... Ein bisschen essen, so. Da ist nichts drin, nein. Papier, was zum Lernen. Das brauchen wir zwar nicht, aber die Punkte, ne? So. Gut. Ich würde sagen, zurück. Ja. Oder sollen wir nochmal weiter gucken? Dann machen wir noch das nächste Haus, das ist nochmal gegenüber und dann haben wir das durch. Stimmt. Da hinten ist noch ein scheiß Köter. Wo? Oh. Ich hab ne Axt, wie gesagt. Ja, ich hab meine Spitzhacke, die haut sowas ja auch durch. So, noch einmal mehr und dann sind wir drin. Ach, zweimal mehr. Eieieiei. So. Ach, na, Alter. So, nach oben. Jetzt nur hoffen, dass der scheiß Köter nicht reinkommt. Das war ein bisschen Banane jetzt, aber... Das nehmen wir mit. Wir sind am Koffer. Auch. Im Koffer ist nichts drin, ne? Super. Ja. Die wollten nicht auf Reisen gehen anscheinend. Ne, höchstwahrscheinlich nicht. So, aber... Das sind immer Doppelschränke hier, ne? Die Nachttische hier. Da ist immer links und rechts offen. Echt? Mhm. Okay. Oh, einmal Blut. Kann ich nicht gebrauchen. Ich sollte mal was trinken. Das stöhnt nämlich schon verdächtig. Oh, ha. Schlecht. Hm. So. Bist du schon oben gewesen? Ne, ich komme da auf. Hopp. Bücherregal. Papier. Ach, ja. Aber ich habe es eh statt R gedrückt. So. Ja. Das war's. Hier ist der Kumpel noch. Oh, 190er Pistel. Ne, Magnumpart. Den nehmen wir mit. Das ist doch gar nicht mehr schlecht. Da schmeiße ich die eine Blume doch weg. Gut. Dann sind wir durch, ne? Dann haben wir es doch hier, Mensch. Das ist ja nicht zu fangen. Halt, warte. Hier ist noch so ein Messing-Ding hier. Ich möchte abkloppen können. Der feine Herr hat ja gesagt, er will hier Messingwasserhähne zu Hause haben. Natürlich. Ah, nein, 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 nein. Du Scheiß. Was denn? Was ist? Köter. Okay, alles gut. Alles super. Alles super? Mhm. Köter weg. Okay. Aber wir sollten uns hier verpissen. Ich mag nicht mehr. Die Köter machen mich fertig. Wir machen uns dünner. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja, eben. Mhm. So, wir müssen in? Die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Blöder Hund. Ich liebe ja Hunde, aber in diesem Spiel. Genau. Ich auch. So, Freunde. Die Zeit ist schon wieder durch und wir machen uns auf ein Weg nach Hause. Und, ähm. Ja, da braucht ihr ja nichts zu suchen. Wir werden ganz auf ein Weg nach Hause laufen. Dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to 3 wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.